moin leute willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal in diesem video besuchten wir das düsseldorf einem pop-up freizeitpark in düsseldorf verschiedene schausteller geschäfte können hierzu reduzierten fahrpreisen besucht und erlebt werden die alpina bahn hat zu dieser leider nicht stattfindenden kirmesaison neue züge bekommen die züge stammen von gerstlauer und die fahrt ist dadurch noch viel viel weicher geworden kommt vorbei und erlebt das düsseland uns hat es jedenfalls gefallen und mehrmals am tag finden auch verschiedene shows auf dem gelände statt zum beispiel eine große motorradistik show wo die motorräder auf stahlseilen entlang fahren am ende des videos bekommt ihr davon noch ein paar impressionen repressionen Und wir sind so eine Reise, abschließen bitte. Und wir sind so eine Reise, abschließen wir uns an. Wir sind so eine Reise, abschließen wir uns an. Wir sind so eine Reise. Wir sind so ein Dreiseur. Musik Wie ihr seht, hier ist für jeden etwas dabei. Also kommt gerne vorbei und unterstützt die Schausteller. Gelegenheit dazu habt ihr noch bis zum 26.07.2020. Und bei 8 Euro Eintritt kann man nichts falsch machen. Die Fahrpreise im Park sind auch reduziert. Musik 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 Vielen Dank. Vielen Dank.